Dumme Frau, naja. Ey, wir dürfen nur zwei Rennen machen, nur mal so. Hä? Na, 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 na. Auf Gott. So we are wearing their balls as earrings, doing stuff like that? Wie, 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 wie? Der wird seitdem schon spitz. Der soll sich ein Rommel. Ihr wisst ja, was ich meine und zwar an einem gewissen… Ja, fahr genau der richtige. Ja, das ist immer der richtige Weg. Hätte ich ja auch jetzt nicht gedacht, dass der dranknallt. knallt dem schild stimmen aus über die komischer licht und er ist der 11 anerkennst nach all den jahren nach all den jahren anerkennst du nicht das wollte ich schon immer haben der anerkennung vorhanden ich dass du hast diese schweiz aber dafür haben wir diesen trick und die kriegen wir ein denn wir sind ja nicht umsonst ausgebildete let's players die einen abschluss haben natürlich ja ob ich den wegschmeißen könnte das wäre jetzt sehr schön komm 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 ja ich glaube das wird was da bin ich schon im richtigen weg ich hoffe jetzt kommt da jetzt gar keiner wer wer ja genau den oba und seine schwester also die koppel hat noch so geschafft herrlich der war jetzt fies beinahe seinem bruder hab ich gekillt oh gott ich krieg Angst kommen wir jetzt bestimmt androhungen später aber die polizei äh 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 scheiß krankenwagen könnte auch woanders einen anderen kriegen äh 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 wow war schon wieder hier äh äh boah ist der noch ängstlicher als bei Wittelin äh bei Wittelin ist es ja gar nicht es ist ja schon anerwähnt sowas also es ist ja nicht so allemal aber das ist äh das hat schon was also das ist ja der L die immer die ganze Zeit herkommt und so boah und das macht mich schon ein bisschen mulmig hallo nein nein scheiße scheiß Raybraith da guck die ist schon wieder da komisch naja man hat ja nicht alles so naja komische Momente die man halten kann mit dem man ja auch auf Raps aufnimmt und ich laber vor mir irgendein Bullshit Bullshit nein 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 du scheiße Motorrad nein nein böses Auto heiß ja 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 oh da ist ein Auto gewesen ja wir haben es gekillt ja wir haben das scheiße Auto gewonnen dieses Freebound X oder dieser Golf Karriere mit neuem Fahrzeug fortsetzen natürlich Junge gib auf ich hab schon zwei Rennen gewonnen du hast keine Chance du alter Sack das wird bei ihm nicht funktionieren offenbar das ist nicht schön auch diese schönen Filmszenen oh ich kenn dieses Rennen oh das ist nicht so mein besonderster Lieb aber ist nicht gerade sehr manöverierfähig aber es kommt mir vor als wäre dieses Auto irgendwie so äh ja als so wackelt wie eine Kiste ungefähr und es kurz vorm abkippen ist naja aber in der Zoo jetzt nicht direkt aber ich glaub das kann Fischtail wenn ich mich nicht irre ich glaub schon ah ah nein 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 ah blöder smart dann schaff ich noch ah ja komm BAMS ups war aus Versehen das war nicht mit Absicht nein sicher nicht und du hier mit deinem LKW Crash war sicherlich auch kein Abschluss also das ist ja einmalig ja ich muss ein bisschen mehr achten trotz äh äh okay das wär das wär beinah in die Hosen gegangen oh ne ich hasse diese Zähne ah jawoll haarscharf gewesen wie Pfeffer oder Chili wow ich will euch crashen kommt her komm etwas näher bitte voll die geile Mucke übrigens naja ahaha ungekippt dafür lache ich dich aus sauber schönes nein wie kann das denn kommen hallo oh super ich glaub es ist aber schlecht weil der drüben der vor mir steht er hat einen Vorsprung naja naja was heißt die Vorsprung ich kann mir alles hier so oder so alles ist auch was schönes wenn man sich hier den ganzen Weg freiräumt und ich will nicht dieses scheiß Motorrad Detroit hm komm her du scheiß Motorrad hier das ist Cheaten der ist ungekippt der Wichser ja es gibt keine Regeln damit musst du dich abfinden denn hier spielen wir in Midnight Club 2 du willst ohne Spiel Regen spielen willst du Autos gewinnen in denen du renn fährst zwei oder drei mal das Spiel hier in Midnight Club 2 das ist möglich immerhin ihr wollt ein Let's Player sehen der Hobbylos sitzt und den Ziel verfehlt schaut Let's Play mit Midnight Club 2 und du gewinnst Monzoni Jaja Klappe du willst nur aufmerksam haben vom LP und nicht fortsetzen ich hasse Motorräder Ich habe die Stumps auf Rennen für ein bisschen Zeit um zu fokussieren einen schönen Sheila jetzt kann ich ihn finden Spaß Oh der will sich eine Frau aussuchen ich glaube der war die ganze Zeit Single aber das ist auch was Schönes im Leben naja und 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 somit ist auch der Part beendet vorüber gehen sobald ich hier alles ausgeräumt habe und ja äh ja gut ich denke ich werde jetzt mal Schluss machen und diesen Part beenden und abonnieren, kommentieren, bewerten ähm schreibt wie es war wie was äh wie ihr hier reagiert oder was ihr toll fandet halt oder was halt spannend war oder was auch immer nur keine persönlichen Fragen das ist nett auf jeden Fall ja wie gesagt besucht mein Channel und viel Spaß bei Midnight Club 2 und wir sehen uns bis zur nächsten Aufnahme Tschüss